Gottes Segen, lieber Bruder und liebe Schwester. Mir wird des Öfteren immer wieder E-Mails geschickt mit Friedenslicht, Marienkäfer, Glück. Ich sag dir was, lieber Bruder, liebe Schwester. Wir brauchen kein Glück, wir brauchen auch kein Friedenslicht. Was wir brauchen ist, was die Welt braucht, ist Jesus Christus von Nazareth. Warum? Weil er ist der wahre Segen. Er ist der Friedefürst. Er ist das Licht, was die Welt braucht. Nachzulesen im Johannes-Evangelium, in Jesaja. Wir brauchen kein Friedenslicht. Denn wenn der Herr dir Frieden gibt, und dieser Frieden übersteigt unsere künsten Vorstellungen, diesen Frieden, den er uns gibt, der ist unbegreiflich, der ist unbeschreiblich, der ist wunderbar. Ein göttlichen Frieden. Kein Friedenslicht. Wenn ihr Frieden verbreiten wollt, verbreitet das Evangelium, geht hinaus. Verbreitet es vom Computer aus, oder auf der Arbeit. Spielt keine Rolle. Hauptsache du verbreitest Jesus Christus, denn er sollte das Zentrum deines Lebens sein. Kein Marienkäfer. Dreh dich drauf, ist das Glück vorbei, oder wie? Also, ihr versteht, worauf ich hinaus möchte. Darum, liebe Brüder und liebe Schwester, verbreitet Jesus Christus. Der Herr segne euch. In Jesu mächtigen Namen. Amen. 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 Amen.